Differenzialrechnung und Integralrechnung am Beispiel einer beschleunigten Bewegung In diesem Video betrachten wir aus physikalischer Sicht das sogenannte Ableiten einer Zeitortsfunktion zur Bestimmung der Momentangeschwindigkeit genauer. Dabei wird zunächst die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen zwei Zeitpunkten und daraus dann schließlich die Momentangeschwindigkeit ermittelt. Betrachten wir dazu das abgebildete Zeitortsdiagramm, das die Position eines Fahrzeugs auf einer geraden Strecke zu verschiedenen Zeitpunkten zeigt. Zum Zeitpunkt t gleich 0 befindet sich das Fahrzeug zum Beispiel an der Position s gleich 100 Meter und zu einem weiteren Zeitpunkt von beispielsweise t gleich 10 Sekunden am Ort beziehungsweise an der Position s gleich 300 Meter. Die Position s des Wagens kann mit der angegebenen Zeitfunktion zu jedem anderen Zeitpunkt t bestimmt werden. Die dargestellte Kurve entspricht somit grafisch dieser Zeitfunktion. Beachte, dass wir aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Einheiten in der angegebenen Funktion verzichtet haben. Es gilt für diese Funktion deshalb die Zeit t in der Einheit Sekunden einzusetzen. Wir erhalten in diesem Fall dann den Positionswert in der Einheit Meter. Betrachten wir aber zunächst die Kurve grafisch etwas genauer. Wir können am Verlauf bereits erkennen, dass die Kurve mit zunehmender Zeit immer steiler verläuft. Da die Steigung in einem Zeitortsdiagramm der Geschwindigkeit entspricht, nimmt also mit zunehmender Zeit die Geschwindigkeit stetig zu. Wie im Video zur Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeit bereits ausführlich erläutert, müssen wir dabei zwischen der Durchschnittsgeschwindigkeit und der Momentangeschwindigkeit unterscheiden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen zwei Zeitpunkten t1 und t2 ergibt sich aus der Sekantensteigung jener Geraden, die durch die entsprechenden Punkte auf der Kurve verläuft. Die Momentangeschwindigkeit zu einem Zeitpunkt t1 erhält man dann, indem man das Zeitintervall Delta t immer kleiner wählt und im Grenzfall zu Null werden lässt. Aus physikalischer Sicht geben wir dem Fahrzeug damit keine Möglichkeit, seine Geschwindigkeit innerhalb des unendlich kleinen Zeitintervalls zu ändern und erhalten so aus der Durchschnittsgeschwindigkeit die Momentangeschwindigkeit als Tangentensteigung der Kurve im entsprechenden Punkt. Mathematisch wird dies durch die angegebene Grenzwertbildung ausgedrückt, den sogenannten Limes, für den Fall, dass Delta t Null wird. An dieser Stelle könnte man meinen, dass diese Grenzwertbildung aus mathematischer Sicht so nicht funktionieren kann, da wir in diesem Fall den Nenner des Bruches Null setzen müssten. Wir werden aber sehen, dass die Grenzwertbildung durchaus möglich ist. Im Folgenden soll zunächst beispielhaft die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen den Zeitpunkten t1 gleich 10 Sekunden und t2 gleich 15 Sekunden berechnet werden. In diesem Zeitintervall von Delta t gleich 5 Sekunden legt das Fahrzeug eine bestimmte Strecke Delta s zurück. Die Position s1, an der sich das Fahrzeug zum betrachteten Anfangszeitpunkt t1 befand, kann grafisch aus dem Diagramm ermittelt werden. Zum Zeitpunkt t1 gleich 10 Sekunden ergibt sich eine Position von s1 gleich 300 Meter. Zum Zeitpunkt t2 gleich 15 Sekunden befindet sich das Fahrzeug an der Position s2 gleich 475 Meter. Die Differenz der Positionen entspricht der in dem betrachteten Zeitintervall von Delta t gleich 5 Sekunden zurückgelegten Wegstrecke von in diesem Fall Delta s gleich 175 Meter. Mit diesen Werten können wir nun die Durchschnittsgeschwindigkeit als Quotient von zurückgelegter Strecke Delta s und dafür benötigter Zeit Delta t ermitteln. Das Einsetzen der Werte liefert uns nun eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 Meter pro Sekunde innerhalb der Zeitpunkte t1 gleich 10 Sekunden und t2 gleich 15 Sekunden. Im Folgenden verallgemeinern wir dieses Verfahren zur Bestimmung einer solchen Durchschnittsgeschwindigkeit für beliebige Zeitpunkte t1 und t2. Zunächst ist festzuhalten, dass wir die zurückgelegte Wegstrecke, in unserem Fall 175 Meter, ganz allgemein aus der Differenz der Positionen zu den verschiedenen Zeitpunkten bestimmen. Wir subtrahieren also immer die Endposition, hier blau dargestellt, von der Anfangsposition, hier rot dargestellt, und erhalten so die zurückgelegte Wegstrecke Delta s zwischen diesen Positionen. Analog gilt dies für die Berechnung des Zeitintervalls von in unserem Fall Delta t gleich 5 Sekunden. Wir ziehen ganz allgemein von der Endzeit, ebenfalls in blau dargestellt, die Anfangszeit ab, wiederum in rot dargestellt. Es ist zu beachten, dass Differenzen bzw. Änderungen in der Physik immer durch Subtraktion von Endwert-Anfangswert ermittelt werden. Wir können also ganz allgemein schreiben, dass sich eine Positionsänderung Delta s immer aus der Differenz der Positionen s2 und s1 ergibt, während sich eine Zeitänderung Delta t immer aus der Differenz der Zeiten t2 und t1 bestimmt. Zuvor haben wir die entsprechenden Werte für die Positionen s1 und s2 grafisch aus dem Diagramm ermittelt. Dies ist natürlich immer mit Unsicherheiten behaftet, da wir die Positionen in einigen Fällen nicht sehr genau ablesen können. Da uns in unserem Fall aber die konkrete Zeitfunktion der Kurve vorliegt, können wir durch Einsetzen der verschiedenen Zeitpunkte t1 und t2 die jeweiligen Positionswerte exakt berechnen. Die blau dargestellte Position s2 berechnen wir mit der angegebenen Funktion also dadurch, dass wir in diese Funktion die entsprechende Zeit t2 gleich 15 Sekunden einsetzen. Analog berechnen wir die rot dargestellte Position s1 dadurch, dass wir die Zeit t1 gleich 10 Sekunden einsetzen. Der blau markierte Term liefert uns auf diese Weise die Position von s2 gleich 475 Meter und der rot hinterlegte Term die Anfangsposition s1 gleich 300 Meter. Anstelle für die Ermittlung der Durchschnittsgeschwindigkeit die Zeitpunkte t1 gleich 10 Sekunden und t2 gleich 15 Sekunden vorzugeben, können wir auch lediglich den Zeitpunkt t1 gleich 10 Sekunden angeben und dann das entsprechende Zeitintervall Delta t gleich 5 Sekunden. Auf diese Weise ist der Zeitpunkt t2 ebenso eindeutig definiert. Er liegt nämlich 5 Sekunden nach dem Zeitpunkt t1 gleich 10 Sekunden und damit bei t2 gleich 15 Sekunden. Wir können also den Zeitpunkt t2 wie beispielhaft gezeigt durch den Zeitpunkt t1 gleich 10 Sekunden und das Zeitintervall Delta t gleich 5 Sekunden ausdrücken. In der entsprechenden Positionsfunktion ersetzen wir also den Zeitpunkt t2 gleich 15 Sekunden durch die Summe aus t1 gleich 10 Sekunden und dem Zeitintervall Delta t gleich 5 Sekunden. Wir können anhand der Terme sehr schnell erkennen, dass wir letztlich nichts in der Berechnung verändert haben. Die in blauen Klammern stehende Terme ergeben weiterhin die Zeitpunkte von t2 gleich 15 Sekunden, die wir zuvor zur Berechnung der Position s2 verwendet haben. Beachte, dass wir in diesen gezeigten Schritt also lediglich die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht mehr durch die Vorgabe von zwei Zeitpunkten t1 und t2 berechnen, sondern durch die Vorgabe eines Zeitpunkts t1 und eines entsprechenden Zeitintervalls Delta t, innerhalb dessen die Durchschnittsgeschwindigkeit ermittelt werden soll. Nun gehen wir im Folgenden weg von den konkreten Zahlenwerten von t1 gleich 10 Sekunden und dem Zeitintervall von Delta t gleich 5 Sekunden. Sowohl für den Zeitpunkt t1 als auch für das Zeitintervall Delta t können wir letztlich beliebige Werte wählen. Möchten wir beispielsweise die Durchschnittsgeschwindigkeit des Autos innerhalb der Zeitpunkte von 6 und 8 Sekunden ermitteln, so wählen wir in diesem Fall für den Zeitpunkt t1 einen Wert von 6 Sekunden und ein Zeitintervall von Delta t gleich 2 Sekunden. Der Zeitpunkt t1 und das Zeitintervall Delta t kann also je nach zu berechnender Durchschnittsgeschwindigkeit prinzipiell beliebig gewählt werden. Der zuvor konkrete Zeitpunkt t1 soll im Folgenden also eine beliebige Zeit t sein, ebenso das Zeitintervall Delta t. Der Zeitpunkt t2 entspricht dann allgemein der Zeit t plus dem Zeitintervall Delta t. Für diesen allgemeinen Fall ergibt sich also die Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit wie angegeben. Wir können hier sofort erkennen, dass wenn wir die zuvor exemplarisch betrachtete Zeit von t gleich 10 Sekunden und das Zeitintervall von Delta t gleich 5 Sekunden einsetzen, wir den obigen Ausdruck erhalten, der uns schließlich wieder zu unseren Positionswerten von S2 gleich 475 Meter und S1 gleich 300 Meter führt und wir dann die entsprechende Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 Meter pro Sekunde erhalten. Der hergeleitete Ausdruck zur Bestimmung der Durchschnittsgeschwindigkeit aus einer gegebenen Zeit t und einem Zeitintervall Delta t erscheint an dieser Stelle sehr komplex. Tatsächlich lässt sich dieser Ausdruck jedoch stark vereinfachen. Dies wird deutlich, wenn wir alle Klammertherme auflösen. Wir werden dann sehen, dass sehr viele Terme wegfallen. Dazu betrachten wir den blau hinterlegten Ausdruck genauer und lösen zunächst den ersten Term in der blauen Klammer auf. Dazu wenden wir die erste binomische Formel an und erhalten den angegebenen Ausdruck. Nun multiplizieren wir den zweiten blau eingeklammerten Term aus und erhalten den angegebenen Ausdruck. Den Wert 100 übernehmen wir einfach. Nun müssen wir noch den rot hinterlegten Klammerterm auflösen. Da vor der Klammer ein negatives Vorzeichen steht, kehren sich die Vorzeichen der in der Klammer stehenden Terme einfach um. Damit erhalten wir den angegebenen Ausdruck für die Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit. An dieser Stelle sehen wir, dass sich nun sehr viele Terme kürzen lassen. Zum Beispiel lässt sich der Wert 100 kürzen. Auch der Term 10t kürzt sich entsprechend mit minus 10t. Ebenfalls kürzt sich der quadratische Term t² mit minus t². Wir erhalten damit einen deutlich vereinfachten Ausdruck. Aber selbst dieser lässt sich noch weiter vereinfachen. Klammern wir nämlich das im Zähler stehende Zeitintervall Δt aus. Dann können wir dieses mit dem Zeitintervall im Nenner kürzen. Dies ist ein zentraler Punkt, der später noch wichtig sein wird. Denn an dieser Stelle haben wir also kein Δt mehr im Nenner. Auf diese Weise ergibt sich schließlich eine sehr einfache und kompakte Formel zur Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit. In dieser Formel müssen wir lediglich eine Zeit t einsetzen und ein entsprechendes Zeitintervall Δt und erhalten auf diese Weise die Durchschnittsgeschwindigkeit im Bereich zwischen t und t plus Δt. Wenden wir diese Formel nun auf unser zuvor betrachtetes Beispiel an und überprüfen das Ergebnis. Wir möchten die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 10 und 15 Sekunden ermitteln. Wir wählen hierzu eine Zeit t gleich 10 Sekunden und ein entsprechendes Zeitintervall von Δt gleich 5 Sekunden. Diese Formel liefert uns nun die bereits zuvor berechnete Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 Metern pro Sekunde. Der Vorteil dieser allgemein hergeleiteten Formel ist, dass wir sie nun auf einfache Weise auf beliebige Zeiten t bzw. Zeitintervalle Δt anwenden können. Um beispielsweise die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 10 und 12 Sekunden zu ermitteln, wählen wir nun lediglich das Zeitintervall entsprechend kleiner und setzen hierfür Δt gleich 2 Sekunden in die Formel ein. Wir erhalten nun eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 32 Meter pro Sekunde. Machen wir das Zeitintervall nochmals kleiner und wählen beispielsweise Δt gleich 1 Sekunde. So erhalten wir nun eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 31 Meter pro Sekunde im Zeitbereich zwischen 10 und 11 Sekunden. Wir können sogar ein noch kleineres Zeitintervall von beispielsweise Δt gleich 0,1 Sekunde wählen und erhalten damit zwischen 10 und 10,1 Sekunden eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30,1 Meter pro Sekunde. Uns sind mit dieser Formel im Prinzip also keine Grenzen gesetzt, was die Wahl des Zeitintervalls Δt angeht. Wir können das Zeitintervall sogar 0 setzen. Wir erhalten damit letztlich die Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt t gleich 10 Sekunden, die in diesem Fall 30 Meter pro Sekunde beträgt. Wir sehen also, dass wir durch die allgemeine Herleitung der Formel für die Durchschnittsgeschwindigkeit auch das Zeitintervall auf 0 setzen und somit die Momentangeschwindigkeit berechnen können. Das eingangs erwähnte Problem, das bei der Grenzwertbildung der Nenner zu 0 wird, stellt sich somit nicht, da wir durch die allgemeine Herleitung kein Δt im Nenner erhalten. Setzt man also in der hergeleiteten Formel für die Durchschnittsgeschwindigkeit das Zeitintervall Δt gleich 0, so ergibt sich für die Berechnung der Momentangeschwindigkeit zu einem beliebigen Zeitpunkt t die angegebene Formel. Fassen wir an dieser Stelle nochmals kurz die Vorgehensweise zur Ermittlung der Formel für die Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeit zusammen. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass uns zunächst die zeitliche Funktion der Position s von t vorliegt und wir somit den Verlauf der Position in Abhängigkeit der Zeit mathematisch beschreiben können. Diese Funktion ist in unserem Fall eine quadratische Funktion, sie kann aber prinzipiell beliebig komplex sein und von beliebiger Ordnung. Auch Exponentialfunktionen sind möglich. Betrachten wir im Folgenden aber unser Beispiel der quadratischen Funktion. Mit Hilfe der gegebenen zeitlichen Funktion ermitteln wir zunächst die Durchschnittsgeschwindigkeit als Steigung der Sekante aus dem Quotienten von Positionsänderung Δs und Zeitänderung Δt. Dazu setzen wir für die Endposition ganz allgemein den Zeitpunkt t plus Δt in die Funktion ein, siehe blau hinterlegter Ausdruck, und ziehen hiervon die Anfangsposition in Form des Funktionsausdrucks zum Anfangszeitpunkt t ab, siehe rot hinterlegter Ausdruck. Dies teilen wir entsprechend durch das Zeitintervall Δt. Nun ist es lediglich eine Frage der Mathematik, die erhaltenen Terme so zusammenzufassen, dass wir dadurch einen relativ einfachen Ausdruck erhalten. Die gelb hinterlegten Schritte sind also lediglich Umformungen und Vereinfachungen und damit grundlegendes mathematisches Handwerkszeug. Dies führt in den meisten Fällen dann schließlich zu einer sehr kompakten und einfachen Formel für die Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit. Zur Bestimmung der Momentangeschwindigkeit ist dann lediglich das Zeitintervall Δt in der hergeleiteten Formel zu 0 zu setzen. Die auf diese Weise hergeleitete Formel zur Berechnung der Momentangeschwindigkeit ist im Prinzip nichts anderes als die Zeitgeschwindigkeitsfunktion des Autos. Auf die analoge Weise, wie uns die Zeitortsfunktion zu jedem Zeitpunkt t den entsprechenden Ort s des Autos angibt, können wir mit der hergeleiteten Zeitgeschwindigkeitsfunktion zu jedem Zeitpunkt t die Momentangeschwindigkeit v des Autos ermitteln. Im Diagramm ist diese lineare Funktion mit Hilfe der rechten Sekundärachse in grün dargestellt. Die Geschwindigkeit des Autos nimmt also linear mit der Zeit zu. Bei t gleich 10 Sekunden beispielsweise. Wenn das Auto an der Position s gleich 300 Metern ist, erhalten wir die entsprechende Momentangeschwindigkeit von 30 Metern pro Sekunde. Die Ermittlung der Steigung einer Kurve, die in unserem Fall zur Bestimmung der Momentangeschwindigkeit genutzt wird, wird in der Mathematik ganz allgemein als Ableitung oder Differenzialrechnung bezeichnet. Merke also, mit der Differenzialrechnung werden Steigungen von Kurven ermittelt. In unserem Fall ergibt die Ableitung der Zeitortsfunktion auf diese Weise die Zeitgeschwindigkeitsfunktion. Die zuvor gezeigte Vorgehensweise zur Bestimmung der Sekantensteigung als Durchschnittsgeschwindigkeit mit Hilfe des sogenannten Differenzenquotienten und der anschließende Nullsetzung des Zeitintervalls zur Bestimmung der Tangentensteigung als Momentangeschwindigkeit war relativ aufwendig. Betrachtet man jedoch die ursprüngliche S-Funktion und die daraus abgeleitete V-Funktion, so wird ein grundsätzlicher Zusammenhang deutlich, den wir bei jeder beliebigen Funktion anwenden können. Dazu stellen wir die ursprüngliche Zeitortsfunktion etwas anders dar. Es handelt sich aber um die gleiche Funktion. Die Variable t wird darin explizit als t hoch 1 ausgedrückt. Zusätzlich führen wir die Variable t auch im konstanten Term 100 ein. Diese schreiben wir als t hoch 0. Beachte, dass jede Zahl hoch 0 immer 1 ergibt. Wir haben also im Prinzip nichts an der ursprünglichen Zeitortsfunktion geändert. Nun möchten wir die Ableitung dieser Funktion bestimmen. In der Physik symbolisiert man eine zeitliche Ableitung auch häufig mit einem Punkt über dem Formelsymbol. Wie wir bereits wissen, entspricht diese zeitliche Ableitung der Zeitortsfunktion der Zeitgeschwindigkeitsfunktion. Mit Hilfe der dargestellten Funktion kann nun die prinzipielle Vorgehensweise zur Bestimmung von Ableitungen verdeutlicht werden. Diese folgt nämlich nach einem allgemeinen Prinzip. Dazu schreiben wir die blau markierten Exponenten der Variablen t immer nach unten und verringern dann den Exponenten anschließend um 1. Für den ersten Term schreiben wir die Hochzahl 2, also vor das t und verringern gleichzeitig den Exponenten um 1. Das Ergebnis ist also 2 mal t hoch 1. Beim zweiten Term 10 mal t hoch 1 schreiben wir nun die 1 vor den gesamten Ausdruck und verringern den Exponenten wieder um 1. Wir erhalten somit einmal 10 mal t hoch 0. Dasselbe Prinzip wenden wir nun auf den letzten Term 100 mal t hoch 0 an. Wir schreiben die Hochzahl 0 vor den gesamten Term und verringern den Exponenten um 1 auf minus 1. Den erhaltenen Ausdruck können wir noch etwas vereinfachen. Denn der Ausdruck t hoch 0 ergibt stets 1 und wir erhalten für den gesamten Term somit den Wert 10. Der letzte Term wird hingegen stets 0 sein und fällt somit weg. Wir erhalten auf diese Weise schließlich die zeitliche Ableitung von 2 mal t plus 10. Dies entspricht unserer Zeitgeschwindigkeitsfunktion. Merke also, zur Bestimmung von Steigungen werden Funktionen abgeleitet. Dabei wird der Exponent der Variablen nach unten geschrieben und die Hochzahl anschließend um 1 verringert. Konstante Werte, die keine Variable t enthalten, fallen beim Ableiten stets weg. Dies ist in unserem Beispiel beim letzten Term 100 der Fall. Diese allgemeine Vorgehensweise lässt sich im Prinzip auf beliebige Funktionen anwenden. Betrachten wir hierzu das abgebildete Beispiel einer Zeitortsfunktion vierten Grades. Bestimmen wir im folgenden hieraus die Zeitgeschwindigkeitsfunktion durch Ableiten dieser Funktion. Pausiere am besten das Video und versuche selbst die Ableitung zu bestimmen. Zur Bestimmung der Ableitung schreiben wir die Variable t wieder explizit als t hoch 1 und fügen im letzten konstanten Term den Ausdruck t hoch 0 ein. Nun beginnen wir das Ableiten und holen in Gedanken die Hochzahl 4 im ersten Term nach unten vor den Ausdruck und verringern den Exponenten auf 3. Beim zweiten Term schreiben wir den Exponenten 3 nach unten und verringern den Exponenten auf 2. Im nächsten Term holen wir die Hochzahl 2 nach unten und verringern den Exponenten auf 1. Beim vorletzten Term schreiben wir die Hochzahl 1 nach unten und verringern den Exponenten auf 0. Der letzte Term ist eine Konstante und fällt weg, da wir ihn schließlich mit der Hochzahl 0 multiplizieren. Wir erhalten auf diese Weise schließlich die angegebene Zeitgeschwindigkeitsfunktion als Ableitung der Zeitortsfunktion. Man beachte, dass bei der Ableitung der Exponent der Variablen in jedem Term um 1 verringert wird. Damit reduziert sich also auch der Grad der abgeleiteten Funktion um 1. Wenn beispielsweise wie in unserem Fall die Zeitortsfunktion ein Polynom vierten Grades ist, ist die Zeitgeschwindigkeitsfunktion als Ableitung hiervon ein Polynom dritten Grades. Auch unsere ursprünglich betrachtete Zeitortsfunktion zweiten Grades wird beim Ableiten zu einer Zeitgeschwindigkeitsfunktion ersten Grades, das heißt zu einer linearen Funktion. Die Steigung der linearen Funktion kann physikalisch noch weiter interpretiert werden. Die Steigung im Zeitgeschwindigkeitsdiagramm gibt die Änderung der Geschwindigkeit pro Zeit an. Diese Größe wird in der Physikbeschleunigung genannt. Wir können also die Zeitbeschleunigungsfunktion bestimmen, indem wir die Steigung der Zeitgeschwindigkeitsfunktion ermitteln. Dazu wird die Zeitgeschwindigkeitsfunktion wieder nach der Zeit abgeleitet und man erhält die Zeitbeschleunigungsfunktion. In unserem Fall ergibt diese erneute Ableitung für die Beschleunigung den konstanten Wert 2. Die Beschleunigung ist in unserem Fall also zeitlich konstant und beträgt 2 m pro Sekunde im Quadrat. Wir sehen nun, wie die drei Funktionen, das heißt die Zeitorts-, die Zeitgeschwindigkeits- und Zeitbeschleunigungsfunktion durch Ableiten miteinander verbunden sind. Im Prinzip können wir auch den umgekehrten Weg gehen. Das heißt von der Zeitbeschleunigungsfunktion auf die Zeitgeschwindigkeitsfunktion schließen. Dazu müssen wir nur die Funktion suchen, die abgeleitet die Zeitbeschleunigungsfunktion ergibt. Dieser umgekehrte Weg wird in der Mathematik als Aufleitung oder Integration bezeichnet. Die Integration der Zeitbeschleunigungsfunktion liefert uns also die Zeitgeschwindigkeitsfunktion. Integriert man diese Zeitgeschwindigkeitsfunktion erneut, so erhält man die Zeitortsfunktion. Im Video zur Beschleunigung bzw. zur Geschwindigkeit wurde bereits erläutert, dass die Fläche unter der Kurve der Beschleunigungsfunktion der Geschwindigkeitsänderung entspricht bzw. die Fläche unter der Kurve der Geschwindigkeitsfunktion der Ortsänderung. Wir können deshalb die Integration als eine Bestimmung der Fläche unter einer Kurve interpretieren. Merke also, während die Ableitung anschaulich die Steigungsfunktion einer Kurve angibt, entspricht die Aufleitung im anschaulichen Sinne der Bestimmung des Flächeninhalts unter der Kurve. Wir bestimmen also durch Integration der Beschleunigungsfunktion über die Zeit den Flächeninhalt unter der Kurve, der in diesem Fall der Geschwindigkeitsfunktion entspricht. Durch erneutes Integrieren bestimmen wir wiederum den Flächeninhalt unter der Zeitgeschwindigkeitsfunktion, die in diesem Fall der Zeitortsfunktion entspricht. Durch Integration können wir auf diese Weise auch sehr schnell für den Spezialfall einer Bewegung mit konstanter Beschleunigung die entsprechende Zeitgeschwindigkeits- und Zeitortsfunktion herleiten. Gehen wir ganz allgemein von einer konstanten Beschleunigung A aus, so ergibt sich die angegebene Zeitbeschleunigungsfunktion mit der konstanten A. Diese Konstante integrieren wir nun und erhalten so die angegebene lineare Zeitgeschwindigkeitsfunktion, da die Ableitung dieser Funktion im Umkehrschluss den konstanten Wert A liefert. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei der Ableitung konstante Größen wegfallen. In der Zeitgeschwindigkeitsfunktion kann also noch eine beliebige Konstante C enthalten sein, die bei der Ableitung entsprechend wegfällt. Diese sogenannte Integrationskonstante C kann in unserem Fall sehr anschaulich interpretiert werden. Die dargestellte Zeitgeschwindigkeitsfunktion ist letztlich eine Geradengleichung und die Konstante C entspricht sozusagen dem Geschwindigkeitsachsenabschnitt. In unserem Fall entspricht dies der Anfangsgeschwindigkeit V0 zum Zeitpunkt T gleich 0. Die Integrationskonstante C ist also eine beliebige Anfangsgeschwindigkeit V0. Integriert man diese Zeitgeschwindigkeitsfunktion wieder, so erhält man schließlich die angegebene quadratische Zeitortsfunktion. Auch hier kommt wieder eine Integrationskonstante C hinzu. Diese Konstante in der quadratischen Funktion entspricht wiederum dem Ortsachsenabschnitt, der in diesem Fall einer beliebigen Anfangsposition S0 zum Zeitpunkt T gleich 0 entspricht. Auf diese Weise haben wir nun die allgemeinen Bewegungsgleichungen für eine Bewegung mit konstanter Beschleunigung A hergeleitet. Beachte, dass diese Gleichungen auch den Spezialfall einer Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit beinhalten. In diesem Fall ist die Beschleunigung A gleich 0. In der Geschwindigkeitsfunktion fällt der lineare Term somit weg. Die Anfangsgeschwindigkeit bleibt somit für alle Zeitpunkte konstant. In der Zeitortsfunktion fällt hingegen der quadratische Term weg und wir erhalten den bekannten linearen Verlauf der Zeitortsfunktion.